Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Zander und natürlich Oliver Sparing. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen in der Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy und guten Morgen, Olli. Guten Morgen, Konsti. Wie hast du geschlafen? Ich habe hervorragend geschlaft. Ich klinge noch ein bisschen wie ein frisch Aufgewachter, weil ich sage es euch ehrlich, ich bin erst vor einer Dreiviertelstunde aufgewacht. Ich bin irgendwie halb blind unter die Dusche, schnell Mikro an Computer und guten Morgen gesagt. Das wird sich aber, das habe ich dir gerade schon erzählt und deine Reaktion war, wie lange bist du schon wach? Ich arbeite jetzt seit drei Stunden auf jeden Fall. Also ich bin schon deutlich länger wach. Okay, gut. Mein Alltag wird sich dahingehend wahrscheinlich auch nochmal ändern. Weil meine wunderbare Frau Gloria ja jetzt seit ein paar Wochen eine neue Ausbildung angefangen hat. Die hat Lust auf ihre zweite Leidenschaft. Verzeihen Sie. Und das ist die Apotheke und macht jetzt einfach eine Ausbildung zur PKA. Finde ich irre cool von ihr, dass sie den Schritt jetzt einfach mal geht und das macht, weil sie da echt Freude dran hat. Das bedeutet aber auch, die steht jeden Morgen um sechs beziehungsweise halb sieben auf. Oha, das ist nicht deine Zeit. So, das ist noch nicht meine Zeit. Jetzt muss ich sagen, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie ich es handhaben werde, weil das ist natürlich, so ein bisschen genieße ich den Künstleralltag, der irgendwie mit sich bringt, dass man frühestens um ein Uhr morgens schlafen geht. Die meisten meiner Kollegen sind bis zwei, drei Uhr wach, weil man eben, wir arbeiten ja abends. Ja, um 19.30 Uhr beginnt meistens die Show. Das heißt, wir müssen höchste Energie haben bis, ich sag mal, mindestens 22.30 Uhr. Na, erst dann hört die Show oder so in dem Dreh hört die Show auf. Das heißt, das können wir dem Publikum nicht anbieten, dass wir da ab 21.30 Uhr, 22 Uhr gähnend auf der Bühne stehen. Na gut. Das geht nicht. Das heißt, da muss man einfach sehr viel Energie haben und das bedeutet eben auch, du kennst es natürlich aus deinen Bandzeiten noch. Aus einem früheren Leben, ja. Aus einem früheren Leben, dass man da einfach echt einen verschobenen Rhythmus hat. So ein bisschen wie so ein Dauerjetlag irgendwie. So, jetzt ist es aber so, dass Gloria eben diese Ausbildung macht, was wiederum bedeutet, ich werde nicht drum rum kommen, dass ich jeden Morgen auch so gegen halb sieben mal kurz wach werde, weil sie natürlich aufstehen muss. So, und jetzt bin ich, ich spiele tatsächlich so ein kleines bisschen mit dem Gedanken, ob ich es nicht mal mit ausprobiere. Ob ich nicht sage, weil komm, wenn sie schon eh wach ist und um die Uhrzeit frühstückt und so, naja, mein Gott, dann stehe ich eben auch auf. Dann mache ich halt morgens meine Routine oder meinen Sport oder was auch immer ich morgens machen kann und fange dann auch mal an, die morgendliche Session zu traden. Wollte ich gerade sagen, mach das auf jeden Fall. Treffen wir uns 8.30 Uhr, traden wir schön die EU-Session zusammen. Das ist doch perfekt. Und genau das ist mein Gedanke, zumal das, seien wir uns ehrlich, das könnte ja auch ein durchaus interessantes Futter bieten, wenn wir schon diese Session gemeinsam traden, dass wir währenddessen auch mal miteinander skypen oder so. Und das vielleicht auch mal zumindest audiovisuell mitschneiden. Das könnte ja auch ein bisschen interessantes Futter sein für einen Podcast oder für ein YouTube-Video, wenn man quasi sich live unterhält über die Märkte und so ein bisschen analysiert, was man gerade sieht und was man da so alles beobachtet und das mit unseren potenziellen Kunden vielleicht mal teilt. Wie findest du die Idee? Audiovisio-Schniel. Genau. Ja, finde ich super die Idee. Vielleicht können wir das sogar auch mal bei YouTube hin und wieder mal streamen, dass wir da ein bisschen die Leute für begeistern können, vielleicht was wir da so machen und sie ein bisschen in unsere Trading-Welt mit reinholen. Glaube ich, wäre auf jeden Fall spannend. Also ich trade ja jetzt schon, beziehungsweise ich streame ja jetzt schon alle zwei Wochen mittlerweile regelmäßig für Bookmap, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Bookmap ist eine Trading-Software, eine explizite Heatmap-Orderbuch-Trading-Software, die ich schon seit langer Zeit benutze in meinem eigenen Trading. Und die Kollegen dort in den USA, die sind freundlicherweise an mich herangetreten und möchten ihre Live-Stream- und Live-Trading-Programme, die sie in den USA schon mit großen Tradern auch sehr, sehr erfolgreich seit vielen Jahren so durchführen, möchten sie jetzt eben auch im internationalen Raum ausweiten. Und da bin ich jetzt der Erste, der das auf deutscher Sprache macht für Bookmap, haben jetzt die ersten zwei Sessions gemacht, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut angekommen. Wir haben ganz, ganz tolles Feedback bekommen und die Kollegen waren auch sehr, sehr begeistert von dem, was ich da so gezeigt und gemacht habe, sodass wir da jetzt auf jeden Fall auf regelmäßiger Basis, mindestens mal im Zwei-Wochen-Zyklus, das Ganze streamen werden, bislang immer 15 Uhr die Eröffnung quasi der US-Session, die wir da gemacht haben. Ich erkläre Live-Trades, die ich selber umgesetzt habe, es gibt eine Marktanalyse, wir gucken uns live in Bookmap, ganz, ganz interessante Software, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Schauen wir uns die Märkte an, es können Fragen gestellt werden und wir haben sowieso schon überlegt, ob wir das nicht auch hin und wieder mal auf unserem eigenen YouTube-Kanal machen, einfach so eine wirklich Live-Session, wo wir uns gemeinsam die Märkte angucken, alles ein bisschen kommentieren, vielleicht ein wenig über Chancen sprechen, die wir so an den Märkten sehen, aber natürlich auch über Trades, die wir selber getätigt haben. Genau, das wäre ja vielleicht auch mal eine interessante Sache so für die EU-Session und wenn du dann um 8.30 Uhr am Markt bist, dann können wir das auf jeden Fall mal machen. Das fände ich super, super cool, zumal ich ja jetzt nach einem halben Jahr des Nicht-Tradens, hatten wir schon in einer Folge mal besprochen, erstmal wieder ein bisschen reinkommen muss und gerade das gesamte Thema Bookmap, das hat sich ja alles entwickelt, da war ich schon hier in Fulda. Das heißt, da muss ich zu meiner Schande gestehen, das habe ich tatsächlich einfach alles nicht wirklich mitbekommen. Also ich bin, was das Thema Heatmap und Bookmap angeht, wirklich noch relativ am Anfang, daher wäre es für mich natürlich unglaublich praktisch, das mit dir gemeinsam am Anfang mal ein bisschen zu machen, dass da jemand ist, der mich noch ein kleines bisschen durchführt und allein das Vokabular, ich sehe ja, was ihr ein bisschen im Discord so schreibt und es gibt schon so ein paar Vokabeln, wo ich mir denke, jo, die habe ich jetzt auch noch nie gehört. Das wäre jetzt nochmal interessant zu wissen, was hier was alles ist und was du da so siehst und so. Wo wir beim Thema wären. Gute Überleitung. Du hast eine Überleitung, oder? Ja, meine Damen und Herren, es geht heute um das Thema Trading Community. Wieder einmal die positiven Aspekte, aber auch die Fallstricke, die damit verbunden sind. Was denkst du, wenn du das Wort Trading Community hörst, was ist so deine erste Assoziation? Eine Gemeinschaft von Computer-Nerds, die in einem sehr dunklen Raum sitzen und sich die Taschen vollhauen. Wow, alle Klischees bedient. Vielen Dank, auch Podcast-Folge beendet. Oh Gott. Genau. Witzigerweise, weshalb ich auch auf das Thema für den heutigen Podcast gekommen bin. Wir hatten ja gestern Live-Session mit unseren Kunden und normalerweise nehmen wir uns ja immer einen Markt vor, den wir komplett von morgens bis abends durchtraden und dann sämtliche Gewinner-Trades und sämtliche Verlierer-Trades mitnehmen. Nun war aber Dienstag die Inflationsmeldung in den USA, Märkte eingebrochen, habt ihr sicherlich alles mitbekommen. Und gestern war im Gegenzug dazu ein absolut langweiliger Tag. Es ist einfach nichts passiert. Es gab so gut wie keine wirklich gescheiten Trading-Gelegenheiten. Die Märkte sind nur seitwärts gelaufen. Man konnte da den ein oder anderen kleineren Trade am Rand von der Range mitnehmen. Aber grundsätzlich gestern ganz, ganz öder Trading-Tag. Deswegen habe ich gesagt, Leute, lasst uns doch einfach mal was anderes machen. Lasst uns doch mal gemeinsam, wie gehabt, am Abend treffen. Und jeder bekommt dann mal so seine fünf Minuten und erzählt mir einfach mal, wo er gerade so steht mit dem Kurs, wie weit er ist, wo er gerade eventuell Probleme hat, was er sich in Zukunft wünschen würde, wovon er sich mehr wünscht in unserer Ausbildung, wovon er sich vielleicht weniger wünscht. Und das war eine richtig, richtig schöne Session. Also an diesem Sinne nochmal viele liebe Grüße an alle, die gestern dabei waren. Das hat echt Spaß gemacht. Werden wir jetzt auf jeden Fall auch regelmäßig machen. Zumal es für mich als Rundschirm... Wollte ich gerade sagen, das ist echt eine schöne Idee. Total, total. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Kunden sich jetzt nicht so von sich aus trauen, im Discord sämtliche Probleme so zu äußern. Ja, wir haben natürlich, wie es immer in jeder Community so ist, wir haben einige Leute, die sind sehr, sehr aktiv und posten viel und bringen sich ein. Und andere, die sind halt eher so am Seitenrand und gucken sich das Ganze an und nehmen dann trotzdem ihren Teil mit. Aber sind halt nicht so dann die aktiven User. Und so war es wirklich mal gestern schön, dass jeder einmal zu Wort gekommen ist. Und das hat natürlich zwei ganz, ganz große Vorteile. Vorteil eins. Ich als Coach sehe ganz anders, wo vielleicht der ein oder andere Probleme hat. Was ich sonst gegebenenfalls nicht so mitbekommen würde. Und die zweite Sache, und das ist, denke ich, der viel wichtigere Faktor, ist, dass die Leute einfach untereinander mal ins Gespräch kommen und sich auch auf privater Ebene kennenlernen können. Und ich habe denen das auch gestern gesagt, das ist so wichtig und das ist ein großer Faktor und Grund, warum wir das hier überhaupt mit der Community machen, dass ihr euch einfach untereinander kennenlernt, untereinander vernetzt und miteinander sprecht. Und das ist im Trading eine Sache, die unglaublich wertvoll ist. Also insofern, nein, was ich am Anfang gesagt habe, ist natürlich Quatsch mit dem dunklen Raum und den Nerds, die sich gegenseitig die Taschen vollhauen. Im Trading ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wertvoll, sich auszutauschen und gemeinsam zu traden. Was denkst du? Unbedingt, unbedingt. Aber, ich bin ja immer das kleine Teufelchen auf der Schulter, es gibt auch ein bisschen so eine Schattenseite und die haben wir beide halt auch mitbekommen. Bei uns im Discord läuft es, finde ich, wie Butter. So, es sind alle super, super respektvoll miteinander. Du hast es in einer Folge auch schon mal erwähnt, wir haben schon die ersten Kunden, die von sich aus schon mal Fragen beantworten. Das heißt, die wirklich schon weit genug sind, um anderen Tradern helfen zu können. Und das ist einfach ein tolles Team, möchte man sagen. Zumal eben, und das finde ich so wichtig, der Tonfall ein wirklich netter ist und ein positiver ist. Und das haben wir beide eben auch schon anders erlebt in anderen Trading Communities, wo Fragen als dumm bezeichnet wurden. Oder man echt von anderen, vor allem von anderen Kursteilnehmern, nicht mal von den Coaches, wirklich unfreundlich darauf hingewiesen wurde, dass diese Fragen ja wohl bitte alle schon beantwortet wurden und man zu faul sei zum Scrollen und so späße. Also wirklich ein ganz unangenehmes Setting, um in Ruhe seine Fragen beantwortet zu bekommen. Und das ist super, super, super schade. Eben gerade, weil so eine Community so irre wichtig sein kann. Ich weiß es noch von unserer ersten Swing Trading Ausbildung. Da haben wir beide ein paar Leute von mitgenommen, sage ich jetzt mal, die wir irgendwie dann auch langfristig im Freundeskreis behalten konnten. Stimmt, ja. Und allein, auch wenn vielleicht dieses System jetzt gerade für dich nicht so super gut funktioniert hat, war es trotzdem immens wichtig, diese Menschen an der Seite zu haben. Und wir hatten ja mal eine Zeit, wo wir einmal die Woche so eine Skype-Runde hatten, wo wir die Trades besprochen haben und wo wir besprochen hatten, wie so die Woche gelaufen ist und so. Und allein das fand ich, war schon immens wichtig, um sich eben gegenseitig auf Fehler aufmerksam zu machen, aber auch einfach, um am Ball zu bleiben. Weil ich weiß, mir würde es so gehen, wenn ich keine Trading Community um mich rum habe, wenn ich nicht in einer Bubble bin, die dieses Thema genauso hochleben lässt, wie ich das tue, dann irgendwann lässt man es vielleicht auch einfach bleiben. Weil ich bin zum Beispiel kein Mensch, der gerne alleine arbeitet. Auch wenn Trading ein eher einsamerer Job ist, weil du sitzt nun mal effektiv alleine vorm Computer, finde ich es immens wichtig, dass man eben eine Bubble um sich rum hat, mit der man das teilen kann. Ja. Und gerade weil du jetzt ansprichst, das System, das hat damals nicht gut für mich funktioniert. Das war ja noch so eine Zeit, wo wir alle versucht haben, das einfach eins zu eins von dem Coach da zu übernehmen. Was ja auch irgendwo so eine Intention war. Aber dann für uns festgestellt haben, es wird einfach niemand profitabel oder so gut wie niemand profitabel damit. Er hat dann Geld verdient. Zumal, zumal, Entschuldige, ich will dir da nicht reinfahren, aber zumal wir dann ja auch mit der Zeit gelernt haben, dass der Coach selber sein eigenes Regelwerk bricht und es deswegen wahrscheinlich auch für ihn funktioniert. Das ist natürlich nochmal ein anderes Ding gewesen, klar. Aber ich sage mal, wenn wir jetzt, wenn da jetzt jeder für sich irgendwie weitergemacht hätte und weitergekämpft hätte, dann wärst du vielleicht nie auf den Kluge gekommen, okay, bei den anderen läuft es genauso wenig. Du hättest immer irgendwo den Fehler bei dir selbst gesucht. Und ja, hättest dich da wahrscheinlich völlig in diesem System vergraben und gegebenenfalls dann sogar mit dem Trading aufgehört. Und dadurch, dass wir halt irgendwie in der Community waren und uns ausgetauscht haben und uns auch immer wieder selber kontrolliert haben, haben wir dann gemerkt, okay, dass so wie er das da unterrichtet hat und so wie er es gemacht hat, funktioniert es halt einfach nicht. Und das war für mich dann so der Punkt, wo ich sage, okay, dann muss ich es halt so weiterentwickeln, dass es für mich funktioniert. Was wir ja dann auch letzten Endes getan haben, so von der Grundstruktur her, vom Grundprinzip her, ist das ja immer noch sehr ähnlich dem, was wir damals dort in der Ausbildung gelernt haben. Wir haben es halt einfach nur so für uns adjustiert und angepasst, dass wir eben damit profitabel werden konnten. Und das ist, denke ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen, wo wir ständig im Austausch miteinander waren. Andersrum, wenn ich jetzt festgestellt hätte in der Community, ihr verdient damit alle Geld und ich bin der Einzige, der es eben nicht schafft, dann hätte ich auch gewusst, okay, es liegt halt eben an mir. Und ich muss halt in meinem Ansatz oder in meiner Herangehensweise an das Ganze etwas verändern, damit es eben klappt. Und insofern ist es da super wichtig gewesen, sich miteinander auszutauschen und im Kontakt zu bleiben und halt auch gegenseitig sich immer wieder auf eventuelle Fehler oder Fallstrecke hinzuweisen. Ja, ich finde, es ist ein, den Mut zu haben, die schiefgegangenen Traits oder die Probleme, die man hat, irgendwie in einer solchen Gruppe zu teilen. Das unterschätzt man, wie mutig man da sein muss. Und ich war einmal in einer ganz anderen Community unterwegs, in einer Gesangs-Community, wisst ihr ja alle da draußen, ich bin ja noch Musiker-Darsteller. Und es gibt einen ganz fantastischen Gesangslehrer in Amerika, in New York, mal unbezahlte Werbung, der heißt Tom Burke, sollte jemand von euch jemals Gesangsunterricht wollen, der Mann ist es, mein Gott, der kann alles. Und der hatte eine Facebook-Gruppe, wo man eben noch mehr über seinen Schatten springen musste und wenn man gesangliche Probleme hatte, das filmen sollte und in die Gruppe stellen sollte. Um Gottes Willen, und ich bin Profi, ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut, wenn ich irgendwie einen Ton nicht bekommen habe, das Ding zu posten. Aber der hatte eine super, super spannende Herangehensweise, ist natürlich jetzt nicht ganz anwendbar aufs Trading, aber trotzdem interessant. Er hat nämlich gesagt, die Kursteilnehmer, sprich seine Schüler, die alle in dieser Gruppe sind, dürfen auf diese Videos und auf alles, was gepostet wird, nichts Negatives sagen. Ihr dürft alles sagen, was euch Positives auffällt, der Einzige, der konstruktive Kritik üben darf, ist er selber. Und das fand ich höchst interessant, weil einmal der ist ein fantastischer Pädagoge gewesen, also der wusste auch echt, wie man mit Menschen umgeht. Der hat sein Leben lang mit autistischen Kindern gearbeitet, weil der Logopäde auch ist und die versucht zum Sprechen zu bringen und ist also irre interessant. Aber das war zwar ein bisschen so eine Samthandschuh-Taktik, aber die fand ich ganz schön toll, weil man hat von den Kursteilnehmern ausschließlich Lob bekommen, auch wenn man wusste, man, ihr labert mich gerade voll, ihr hört doch auch, dass das scheiße war. Aber die haben einfach nur gesagt, hey, pass auf, ich finde deine Interpretation voll schön irgendwie oder wow, tolle Stimmfarbe oder was auch immer. Und irgendwann kam dann er und hat gesagt, hey, finde ich auch alles, alles wunderschön, aber überleg doch mal, ob du was anderes beruflich machen willst. So, nein, aber hat dann eben Kritik geäußert, aber eben natürlich konstruktiv. Und ich finde es schön, dass bei uns in der Community der Tonfall zwar jetzt nicht ganz so Samthandschuh ist, aber trotzdem ein allgemein positiver. Aber das bringt mich zu einer Frage, weil es ist natürlich, wir haben deutlich mehr Schüler jetzt bei uns in der Community als in dieser Gesangskommunity drin waren, was die Sache natürlich ein bisschen verkompliziert, aber ist es für dich zum Beispiel eine, wäre es für dich ein Gedanke, wäre es ein Gedankenspiel zumindest wert, mal zu sagen, na Mensch, wenn jemand ein Problem postet, dass vielleicht, dass die Coaches oder zumindest du der Einzige bist, der da ein bisschen Kritik anbieten darf, was würdest du machen, wenn jetzt ein anderer Schüler von uns eine Kritik äußert oder einen Lösungsvorschlag äußert, der inhaltlich nicht ganz so korrekt ist? Was würdest du dann machen? Würde ich es trotzdem gut finden. Also es kommt für mich immer sehr darauf an, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Da ich unsere Leute kenne, da wir eine überschaubare Community sind und auch eine überschaubar große Community bleiben wollen, weil mir ist es sehr wichtig, dass man sich persönlich kennt und persönlichen Kontakt hat, sehe ich das Ganze relativ unkritisch. In der Kunst und im Gesang, da kommt ja sehr viel so dieser geschmackliche, interpretative Faktor hinzu. Während wir ja eher in einem analytischen, statistischen Bereich unterwegs sind, da gibt es nicht so viel Spielraum zwischen richtig und falsch. Entweder man hat die Sache richtig eingeschätzt und richtig agiert und richtig gehandelt und die Sache umgesetzt oder eben nicht. Und wenn dort jemand drauf reagiert und sagt, du pass auf, das und das hätte ich jetzt anders gesehen und hätte dementsprechend anders den Trade umgesetzt und gehandelt und ich wiederum der Meinung bin, nee, der hat das schon richtig gemacht oder ich sehe es komplett anders, dann würde ich das auch sagen. Dann würde ich beide darauf hinweisen und ihnen eben den richtigen Weg aufzeigen. Nichtsdestotrotz will ich das auf jeden Fall fördern, dass sich jeder irgendwo einbringt, auch wenn er eventuell etwas anders gemacht hätte oder etwas anders gesehen hätte. Das ist total in Ordnung, solange das eben in einem positiven Tonfall bleibt. Sobald irgendjemand anfangen würde, sich wichtig zu machen oder gar andere zu beleidigen oder sowas in der Art, was wir, wie du ja schon gesagt hast, auch schon gesehen haben in anderen Communities. Da würde ich dann wirklich rigoros eingreifen und das Ganze komplett unterbinden. So, das geht gar nicht. Allerdings muss ich auch dazu sagen, wir führen ja Beratungsgespräche mit allen Interessenten für Kurs 3 und Kurs 4 und ich sehe natürlich auch, was das für Leute sind und ich behalte mir da auch durchaus vor, selber zu sagen, nee, das passt mit uns nicht. Such dir mal eine andere Ausbildung, ganz, ganz höflich. Insofern, ich weiß, was wir für Leute aufnehmen und was das für Leute sind in unserer Community und ich bin fest davon überzeugt, dass niemand da dabei ist, der überhaupt auf die Idee kommen würde, da jemand anderen irgendwie anzugehen oder gar zu beleidigen. Das wird bei uns einfach nicht vorkommen. Insofern sehe ich da erstmal noch keinen Grund. Ich finde das in der Gesangsgruppe, finde ich diese Idee hervorragend, würde ich genauso machen, definitiv. Bei uns in der Trading-Gruppe ist es was anderes und da denke ich, laufen wir auch in keinster Weise irgendwo Gefahr, dass sich das irgendwie angegriffen fühlt. Was ich jedoch bei uns nach wie vor sehe, ist, dass sehr viele sich ein bisschen scheuen, ihre Probleme anzusprechen oder einzubringen, weil sie einfach gar nicht mal unbedingt, weil sie sich dafür schämen, worüber wir ja schon mal eine ganze Folge gemacht haben mit unseren Anti-Alpha-Tradern. Unbedingt gucken, eine unserer besten Podcast-Folgen überhaupt, die Anti-Alpha-Trainer. Aber einfach der Fakt, was ich ganz oft führe, wenn mich Leute privat anschreiben und ihre Fragen stellen, dass sie halt einfach das Gefühl haben oder dass sie Angst davor haben, dass sie die anderen eventuell ausbremsen. Und dass sie Dinge posten, die die anderen nicht interessieren und wo sie dann das Gefühl haben, wenn ich das jetzt da reinstelle, dann fühlen sich die anderen genervt von mir. Und das ist eine Sache, wo ich sage, das könnte sich auf jeden Fall in unserer Community noch verbessern, denn das ist in den aller, 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 aller seltensten Fällen der Fall, dass da mal jemand wirklich eine Frage stellt, wo ich sage, okay, das ist jetzt wirklich, das gehört nicht unbedingt in eine Community, auf eine Community-Plattform. In der Regel ist es wirklich so, dass jede Frage, die gestellt wird, mindestens mal einen anderen Kunden oder ein anderes Mitglied auch tangiert und interessieren würde. Deswegen, Leute, wenn ihr Fragen habt, seid so nett und wendet euch damit immer an den öffentlichen Discord-Kanal, denn in fast nahezu jedem Fall interessiert das in irgendeiner Form auch die anderen. Ja, oder aber mal ganz doof, ich finde auch Themen, wo man vielleicht glaubt, das wissen die anderen bestimmt alle schon, ist es auch ganz cool für andere Kursteilnehmer, die das vielleicht tatsächlich schon lösen können, das Problem, das dann zu erklären. Weil man lernt ja manchmal nochmal besser, wenn man es wem anders erklären muss. Unbedingt, unbedingt. Deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig. Es kommt ja auch immer ein bisschen auf das System drauf an. So, es gibt, wir haben ja Systeme, da ist das Regelwerk, ich sage mal, sehr, sehr eindeutig. Das ist das Regelwerk so eindeutig, da kann man wirklich sagen, hier Leute, das und das, also eins unserer Systeme, da fordern wir auch Leute auf, postet mal ruhig, wenn ihr einen potenziellen Trade seht, sogar bevor ihr ihn macht. Ja. Ja, weil einfach genug Zeit sein könnte, bis man den Einstieg wählt und so. Aber gerade beim, gerade beim, gerade beim, gerade beim klassischen, mir fehlt gerade ein Wort, beim Daytrading, nicht beim Direktionalen, sondern beim Diskretionären, so, hier ist alles. Beim Diskretionären Daytrading ist es ja auch, hat man nicht die Zeit. Ja, da kann man nicht sagen, oh Leute, ich glaube, hier bildet sich ein Setup, ich fotografiere euch das mal und schreibe eine halbe Stunde was dazu, dann ist der Trade schon vorbei. Deswegen frage ich mich zum Beispiel gerade, ich finde im diskretionären Discord-Channel, also von unserem klassischen Daytrading-Ansatz, wäre es da nicht sogar vielleicht fast eine Option, unsere Kursunternehmer aufzufordern, öfter die schiefgegangenen Trades zu posten, als die gutgegangenen. Das ist quasi, dass die gutgegangenen sind ja eh gutgegangen, freuen wir uns alle drüber und kann man bestimmt auch was draus lernen, wenn es vielleicht theoretisch nur Glück war oder so. Aber viel sinnvoller ist es doch dort, wenn eigentlich alle nur die Trades posten, die schiefgegangen sind, oder? Genau, auch darüber haben wir ja schon mal gesprochen und auch das finde ich sehr, sehr wichtig. Natürlich kann auch mal ein Erfolg gepostet werden und jeder freut sich natürlich, wenn er einen Daumen hoch von den anderen kriegt für den tollen Trade. Soll auch dringend so bleiben, aber ich würde trotzdem jeden unbedingt dazu animieren, postet in allererster Linie eure schiefgegangenen Trades, damit wir einfach gemeinsam schauen können, warum ist der jetzt schiefgegangen? War es einfach nur ein konventioneller Verlierer, der natürlich permanent auch vorkommt oder habt ihr eventuell etwas falsch eingeordnet, etwas falsch gemacht, war vielleicht ein bisschen FOMO im Spiel? Dass man da einfach gucken kann, woran hat es gelegen? Das fragt man sich dann immer, woran es gelegen hat. Genau, also das ist einfach eine super wichtige Sache, die du da ansprichst. Einfach, dass wir uns gemeinsam die potenziellen Fehler anschauen und das gilt natürlich nicht nur für unsere Community und unsere Kunden. Alles, was wir hier sagen, ist generell gemeint so und gilt für alle. Wenn ihr noch am Anfang seid, dann schaut, dass ihr euch jemanden sucht, an den ihr euch wenden könnt, der vielleicht schon erfahrener ist und guckt, ob ihr mit dem euch austauscht und euch von dem helfen lasst, gerade in Bezug auf eure schiefgegangenen Trades eben. Ja, und wenn ihr einen Trading-Kurs irgendwo macht, sei es bei uns oder sei es bei einem unserer Kollegen, es gibt ja genug Kollegen, die jetzt zum Beispiel Kurse anbieten, gerade im Swing-Trading-Bereich, da gibt es keinen Discord-Channel. Das ist einfach ein Wochenendkurs und dann ist der fertig. Sucht euch dort trotzdem die Leute, geht ins Gespräch mit den Leuten und wenn ihr da nur zwei Kontakte mitnehmt, das ist so immens wichtig, sich diese Menschen warm zu halten, um eben immer eine gewisse Art Kontrollinstanz zu behalten. Zumal man auch nicht weiß, ob diese Menschen wiederum vielleicht irgendwann andere Menschen kennenlernen, die auch total interessant werden könnten für eine Trading-Community und man sich auf diesem Wege so ein bisschen weiterentwickelt. Das sehe ich ja auch ganz oft. Aus unseren alten Communities haben sich ja die Leute dann auch so ein bisschen weiterentwickelt und so und sind in eine andere Richtung gegangen und haben aber wiederum andere Trader kennengelernt und sind jetzt in ihren anderen Communities unterwegs und das ist so immens spannend, immens wichtig und bringt einen ja auch auf neue Pfade und auf neue Wege. Ja ganz genau und eine letzte Sache, die ich noch ansprechen möchte, neben dem Thema Community sucht euch Trading-Buddies, mit denen ihr wirklich aktiv an den Märkten seid. Das gilt natürlich für alle Daytrader unter euch, schließt euch zusammen und tradet gemeinsam miteinander. Das muss kein dunkler Raum sein, in dem ihr an euren Computern euch gegenseitig die Taschen vollhaut. Nein, also es kann natürlich auch ganz normal über Internet sein, dass ihr einfach miteinander verbunden seid, dass ihr miteinander sprechen könnt, denn, und das kann ich nicht oft genug betonen, Trading ist eine sehr individuelle Sache. Wir alle denken etwas unterschiedlich, wir alle sehen die Märkte etwas unterschiedlich und wir alle interpretieren etwas unterschiedliche Dinge in die Phänomene, die wir da eben an den Märkten sehen. Und ihr könnt dabei nur voneinander profitieren. Ihr könnt euch natürlich auch ablenken gegenseitig, wenn es schlecht kommt, da müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr konzentriert bei der Sache bleibt und nicht vom Thema abschweift. Aber ich denke, unterm Strich könnt ihr da wirklich sehr viel voneinander profitieren und lernen, wenn ihr gemeinsam tradet. Das kann zum einen Möglichkeiten sehen, die ihr vielleicht selber übersehen hättet, wo jemand anderes euch darauf aufmerksam machen kann und sagen kann, schau mal hier, da hat sich gerade ein potenzielles Setup ergeben, was hältst du davon? Das können aber auch, und das ist eigentlich viel wichtiger, Situationen sein, in denen euch vielleicht euer Trading Partner von Dummheiten abhält, wo ihr vielleicht in eine Situation kommt und einen Trade eingehen wollt, der vielleicht keine so gute Idee ist, obwohl ihr das eventuell wisst. Aber ihr wisst, Kopf, psychologische Faktoren, super wichtiger Faktor beim Trading. Und wenn da noch zwei, drei weitere Personen mit im Stream sind, die das Gleiche sehen wie ihr, kann man sich natürlich viel besser gegenseitig kontrollieren und sagen, du pass auf, das ist jetzt wirklich, was du da gerade vorst, das ist jetzt wirklich ein FOMO-Trade. Oder da willst du dich jetzt gerade wirklich am Markt rechnen, weil du gerade einen Verlierer vorher hattest. Und das ist unglaublich wertvoll, wenn man sich da einfach gegenseitig stützen und helfen kann. Ja, und für die ganz Harten unter euch, die wirklich sagen, das soll mein neuer Hauptberuf werden und ich möchte nichts mehr anders im Leben können. Es gibt in jeder größeren Stadt auch, und ich will jetzt nicht Werbung für Konkurrenten machen, aber es gibt trotzdem in jeder größeren Stadt, gibt es Trading Floors. Die würden euch in deren Ansatzweise ausbilden und dann sitzt ihr tatsächlich in einem neuen Büro, Gratulation, an einem fremden Rechner, mit anderen Leuten zusammen und macht den ganzen Tag nichts anderes als traden. Und was ich aber daran ganz wichtig und kopierbar gerade für Communities wie unsere finde, ist so ein bisschen deren Routine. Weil ich habe so das Gefühl, Trading Floors, die das eben miteinander machen, die haben eine ganz spannende Vorbereitungs- und auch Nachbereitungsroutine. So, die beginnen den Tag mit einer Übersicht und jeder schätzt mal die Märkte ein und dann bespricht man mal ein bisschen. Und am Ende des Tages bespricht man eben die Trades und guckt ein bisschen, wo ist was schiefgegangen, wo haben die anderen was gesehen, wo war es eigentlich regelkonform oder eben nicht oder wie auch immer. Und das finde ich eine sehr, sehr, sehr beeindruckende und sehr, sehr eben kopierbare Strategie, um sich selber ein kleines bisschen nicht aus der Verantwortung zu ziehen. Und das ist auch noch eine spannende Kiste. Das ist leider bei uns in Deutschland nicht so weit verbreitet, diese Prop Trading Kultur. Da müsstet ihr nach London oder nach New York gehen. London, also ich habe ja auch dort bei einem Prop Trading Floor mein Handwerk sozusagen gelernt. Die haben mich auf den richtigen Weg geschickt damals. Insofern, das ist natürlich das Optimum, wenn ihr das, wie Konzi schon sagt, wenn ihr das wirklich beruflich machen wollt, führt eigentlich kaum einen Weg daran vorbei, irgendwie zu, ja, entweder sich so eine Community zu suchen, wie wir sie eben sind, oder aber direkt auf einen Prop Trading Floor zu gehen und vor Ort sich von den Leuten ausbilden zu lassen, die es halt wirklich können als Alternative. Aber ja, wie gesagt, Trading als Beruf, das ist natürlich immer so eine Sache. Da muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob das überhaupt in Frage kommt und ob das überhaupt interessant ist. Tatsächlich, die meisten unserer Kunden sind eher daran interessiert, Teilzeit zu traden, so wie ich das ja im Prinzip auch mache. Also ich bin ja so drei Stunden am Tag an den Märkten, den Rest des Tages mache ich halt unsere Trading Schule, unsere Sparring Investment Academy und so ist es für mich auch der perfekte Ausgleich. Und das ist im Prinzip auch das, was die meisten anderen Menschen so wollen im Day Trading Bereich. Ja, total. Ich finde gerade, wir vergleichen ja Trading immer ganz gerne mit anderen Sparten. Wir sagen ganz oft, Trading hat was mit Instrumentlernen zu tun und Trading, was hat man letztes Mal? Trading ist ein bisschen wie... Gaming, richtig, genau. Und jetzt, wo ich die ganze Zeit drüber nachdenke, finde ich aber auch, Trading ist ein bisschen, hat ein bisschen was von Kochen. So, jeder kann einem Rezept folgen, aber um richtig gut zu werden, musst du es fast ein bisschen wie ein Künstler sehen. Ja, muss man fast ein kleines bisschen eben, musst du wissen, wann du vielleicht einen Tacken Meersalz reingibst oder mal nicht, weil du einfach schon weißt, dass diese Art Fleisch so und so besser schmeckt. Haha. Ja, ja, guter Punkt. Also finde ich auch, es ist ein schöner Vergleich. Ein Rezept nachkochen kriegen die meisten irgendwie hin, aber so, dass jeder sagt, boah, was ist das denn? Das erfordert Erfahrung und Übung und genauso ist es im Trading auch. Ja, ja. Das wird das vor allem Erfahrung, Übung und sehr, nein, nicht sehr viele, sehr gute Lehrmeister, die dir eben ein bisschen deine Fehler austreiben oder ein bisschen da, wo du vielleicht eine falsche Abbiegung nehmen würdest, dich wieder zurück auf den richtigen Pfad schicken. Ja, da könnte man fast mal eine Challenge draus machen, wie viele Vergleiche aus dem Leben findet man mit Trading? Einige, auf jeden Fall einige. Gut. Alles klar, ihr Lieben, wir hoffen sehr, euch hat diese Folge gefallen. Ich fand sie sehr schön und sehr aufschlussreich. Sucht euch eure Trading Communities und eure Trading Buddies. Olli, du bist mein Trading Buddy. Ich sage es nur nochmal. True Love. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch eine traumhafte Woche. Macht es gut, schöne Trades euch, bis zum nächsten Mal und ciao. Macht's gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde besuche uns auf www.sparing-academy.de. Wir haben einen kostenlosen Börsencrashkurs. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde besuche uns auf www.sparing-academy.de. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde besuche uns auf www.sparing-academy.de. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde besuche uns auf www.sparing-academy.de.